Ich habe eine Praxis für Körperpsychotherapie und Massage. Ich bringe Menschen in Kontakt mit sich selbst und bringe ihnen bei ihr Ichisch wieder zu verstehen. Ichisch ist die Sprache des Innern. Jeder hat seine individuelle Sprache und wenn man in Kontakt mit sich selbst ist, dann hört man die wieder. Ich bin Körperdolmetscherin und unterstütze darin, wieder dem Ganzen auf die Sprünge zu kommen. Damit es ihnen besser geht, damit sie entspannt glücklich durchs Leben gehen können und sich ihre Themen anschauen, um dann wieder weiter zu laufen, effizienter zu sein, mehr Spaß zu haben, gesunder zu sein.